Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Mhm. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Hüben Sie mit Ihrem Daumen leichten Druck auf das Kinn aus, bis sich der Mund öffnet und Sie den Rachenraum inspizieren können, wie Sicht in den Rachen frei ist. Okay, ich kann es nicht erkennen. Okay. 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 Das Pulsoximeter eignet sich in der ersten Lebensminute nicht, um die Herzfrequenz zu bestimmen. Allerdings können Sie danach die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blick behalten. Und dann kannst du das gleich einstecken. Dann sehen wir auch die Herzfrequenz. Ja, dann sehen wir auch die Herzfrequenz. Ja, dann sehen wir auch die Herzfrequenz. Ja. Okay, schauen wir uns den an. So. Jetzt kann ich die Herzfrequenz. Okay. Das Kinn bewegt noch die Arme. Ja. Ja. Aber ich bin jetzt nicht mehr. Okay. Ja. 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 Nase und Mund sollten bedeckt sein. Augen und Kinn müssen frei bleiben. Innerhalb der ersten 60 Sekunden sollten die ersten Maßnahmen wie die initiale Beatmung durchgeführt worden sein. Innerhalb der ersten 30 Sekunden sollte sich ein Überblick über die Situation verschafft werden, um eine Planung von möglichen Maßnahmen fortzubereiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Maske wird nicht frontal aufgedrückt oder aufgesetzt. Richtiges Vorgehen. Vom Nasenrücken kinnwärts oder umgekehrt vom Kinn nasenwärts übergestülpt. Ihre Daumen und Zeigefinger halten die Maske in einen C-Griff und drücken die Maske vorsichtig auf das Gesicht. Die drei anderen Finger dieser Hand heben den Unterkiefer leicht an. Beachten Sie hierbei die Inspirationszeit von zwei bis drei Sekunden. Dies erleichtert die Entfaltung der Lohn. Sie sehen Sie hierbei wie ein Kinn. Sie sehen Sie jetzt so einen Kinn. Sie sehen Sie das nicht gleich. Hier sondern auch die Strecke. Jetzt das nicht nur eine die Bedeutung erneut. Sie sehen Sie die Anzeige. Sie sehen Sie die Kinn. Jeden словogen Sie diese Hände auswälten. Sie sehen Sie bei den Kinn. Sie sehen Sie bitte die Hände auswälten. Ja. 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 Untertitelung ab 20.04.2021 Das war's. 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 Das ist. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Das war's.